Hi, mein Name ist Martin Herzberg. Ich mache verträumte und bewegte Klaviermusik, die zeitweise an Filmmusik erinnert. Und ich möchte euch heute ein ganz besonderes Klavier vorstellen, und zwar das Waldorf Zarenburg. Ich habe lange nach einem Instrument gesucht, das meinem akustischen Klavier ebenbürtig ist. Das heißt, auf dem man bewegte Stücke spielen kann, die organisch klingen und dessen eigenen Charakter hat. Und das Waldorf Zarenburg bietet eben genau das, weil es sich auf das Wesentliche konzentriert und ich emotional darauf spielen kann, laut und leise sein kann und einfach meine innersten Gefühle auf dieses Instrument übertragen kann. Und so klingt es. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!